Der mit Fassbinder Filmen und als Tatort Kommissar berühmt gewordene Schauspieler Günther Lamprecht ist tot. Er starb am 4. Oktober im Alter von 92 Jahren in Bad Gottesberg in Bonn, wie seine Agentin Antje Schlag am Freitag der deutschen Presseagentur sagte. Für seine Paraderolle des Franz Biberkopf in Rainer Werner Fassbinders Mehrteiler Berlin Alexanderplatz wurde Lamprecht von Kritik und Publikum gefeiert. Popularität erlangte er in den 90er Jahren durch die Rolle des Berliner Tatort Kommissars Franz Markowitz. Lamprecht hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Lamprecht wurde am 21. Januar 1930 in Berlin geboren. Kurz vor Kriegsende wurde er noch als Hitlerjunge eingezogen und in den letzten Kriegstagen verwundet. Ab 1953 nahm er privaten Schauspielunterricht in Berlin. Er deptierte am Schiller Theater, es folgte ein festes Engagement am Schauspielhaus Bochum, wohin er nach Stationen auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands 1974 zurückkehrte und unter Peter Zadek spielte. Hier traf er auch das erste Mal auf Rainer Werner Fassbinder. Insgesamt spielte Lamprecht ca. 75 Haupt- und Titelrollen am Theater. Seine erste Filmhauptrolle spielte Lamprecht 1976 in das Brot des Bäckers und gewann damit den Lubitsch-Preis. Es folgten weit mehr als 150 Film- und Fernsehrollen, begleitet von zahlreichen Ehrungen. über die Lamprecht